So, da sind wir wieder in einer neuen Aufnahmesession von The Last of Us. Na, blende ich ein bisschen mit dem Licht. So, wir sind auf dem Weg hier mal raus. Da kommt die schon mal raus. Hier sieht es gut aus. Gucken wir mal hier hoch. Kommt die mit? Oh ne, die bleibt da unten, alles gut. Mach dir keinen Stress. Hey, also, ähm, wegen Tess, ich weiß nicht mal was... Okay, ich sag dir mal, wie's abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Ja, joa. Wiederhole es. Was du sagst zählt. Gut. Da ist deine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Hm. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Alter. Wo sind wir denn hier grad? Alter, what the fuck? Was? Nichts. Ich hab... Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa im Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ist echt ziemlich cool hier. Mit 85 FPS macht das Spaß. Warum bringst du mich nicht zurück zu Mali? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebens bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Wow, da! Fireflies! Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das seh ich. Ja, das seh ich. Zickern! Sorry. Ich... Ich musste das einfach tun. Ja, ja, mach du mal. Ist mein scheißegal, aber du tust. Wenn du da hinten an dir rumspielst und so, ist mir das auch egal. Das ist in deinem Alter normal. Scheiße, man. Mist. Ja, Mist. Ja, hier drüben geht's auch nicht. Wie wär's damit? Digga, das war doch vorher nicht da. Warte mal. Ähm. Ähm. Äh, ich geh... Äh. 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 Ich wollte grad sagen, äh. Äh. Die Erfolgsaussichten davon finde ich nicht so hoch. Äh. 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 Ich fand die Erfolgsaussichten hier relativ hoch. Genau. Ich tu das mal hier oben hin. Zack. Weil da hinten war nämlich so ein wunderschöner Kasten. Da können wir bestimmt drauf klettern. Und dann klären wir hier auf das kleine Dach und dann sind wir drauf. Ja, so habe ich mir das nämlich auch gedacht. Und jetzt sind wir hier das dicke Brettchen. So, und platzieren. Mann. Ich platziere das mal hier, gell? Na, also. X. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Hä? Das kommt drauf an. Oh. Du warst noch nie hier, oder? Ich bin Parkurläufer. Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch? Das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow. Dann gehen wir mal nach. Ich habe die Steuerung übel vergessen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Machen wir nochmal neu. Da habe ich irgendwie gerade nicht ganz so geklänzt. Fahren wir mal fort. So. Nein, der andere. Der ist halt drin. Wenn ich hier drauf gehe, kann der, kann der mir da was? Ähm. Lass mich wechseln. Warte. Ach, Mann ey. Was ist das? Das ist the last of us. Hey Mann, Alter. Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht die, äh. Ich muss mal jetzt gerade die Waffe wechseln. Ähm. Fünf. So, dann V. V. Hier haben wir die hier. Ich glaube, die ist präziser. Oh, fuck. Scheiße. Ding ist, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Mach das ganz doofe Gefühl. Die Viecher meinte ich, ja. Das sind Clicker. Die klicken so toll. Komische Schieße jetzt, aber ich habe keinen Bock mehr. Was ist das? Mist, bleib zurück. Ja, das ist möglich. Was ist das? 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 Dass du nicht so toll hast. Was ist das? Ey, wieso? Ach man, Alter, bin ich scheiße in dem Game. Ach man. So, jetzt aber, komm. Ich nehme das Drecksding hier. Du bist so lange, aber du gehst ja wieder mit deinem Treffer. So. Oh, Mist. Oh, das ging mir auch so ein bisschen besser. Ähm, ja, hier kommen wir nicht weiter. Hier haben wir eine Flasche. Hier haben wir mit. Äh, ja. Hier durch. Ja, das hätte ich jetzt aber auch sagen können. So, haben wir vielleicht hier noch... Wir brauchen dringend Muni. Ganz lange haben wir jetzt mal keine verbraucht. Oh. Alles okay? Äh, was ist denn mit der? Ich versuche, Pfeifen zu lernen. Äh. Klingt das wie Pfeifen? Klingt eher wie ein Asthmaanfall. Kann ich hier mal mit aufhören? Äh, gäh. Oh, Mist. Ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Ja, komm. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Ja, komm, lass sie doch darüber heben. Hallo? Gut, kommt nicht in Frage, dann gehen wir mal weiter. Dann halt eben nicht. Benötigt Messer. Hab ich nicht. Gut, dann gehen wir da jetzt mal trotzdem rein. Hab ein Messer gebraucht. Messer benutzen. Na bitte. Cool. Oh. Alter, wichtig. Jetzt. Ah, auf einmal geht das, ne? Gut. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf. Sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Mal sehen. Gut gemacht. Danke. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Hat ein Name und ein Auto. Dann suchen wir Tommy. Marleen meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Wo lebt er denn? Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist der allein. Ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Truck zu laden, falls sie ihn öffnen. Mal sehen, dass die Kombination ist 5, 17, 21. 5, 17, 21. 5, 17, 21. 5, 17, 21. Truck, da ist der Truck. 5, 17, 21. Das müsstest du uns jetzt irgendwie merken. Nice. Oh Mann. Oh, krass. Was war denn das? War ne Falle, tatsächlich. Ist eine von Bills Fallen. Vermutlich schon. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Der weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Ach, alles ist gut. So, wir sind schon mal jetzt hier. Das ist schon mal ganz geil. 5, 17, 21. Der Luft ist rein. Komm hoch. Alphazine, schreib das mal in den Chat. Dann merken wir uns was damit. Okay. Wir brauchen nochmal das Ding. 5, 17, 21. So, jetzt hier hoch. Okay, nice. Ach, danke, dass du jetzt runterkommst. Ich wollte ja gerade nicht gerade hochkommen. Kloreicher Moment. Bleib jetzt einfach unten, genau. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett. Schafft die das, oder? Siehst du den Draht? Berühr dich, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Hörst du das? Ja. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Ach, keine Sorge. Das wird schon. Was ist das denn? Der, der... Oh, Mist. Ja, Raumproblem. Besser ist es, mein Junge. Mann, ich hab mich so dode erschreckt. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. So, Gesundheit ist fuhr. Rachel. Rachel. Soldaten gehen vor die Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt und ich warte in der Quarantäne-Zone auf die Suche nach mir. Bis bald, Esra. Stabil. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich hab hier noch gar nicht geguckt. Nicht so viel verwertende Sachen. Wir finden hier zwei Sachen gefühlt. Wir finden gefühlt nichts. Wie, lass uns von hier verschwinden. Ich hab hier unten noch gar nicht geguckt. Okay, lass uns von hier verschwinden. So, da haben wir dit. Da haben wir dit. Einmal hier rein. Hier, okay. Hier ist auch nichts. Oh. War ein bisschen nah. Upsi. Ich hoffe, der hat jetzt, äh, den Dingsnuss gespeichert, bitte. Ja, den hat er gespeichert. Äh, das konnte ich jetzt wirklich nicht ahnen. Ich hab gedacht, das explodiert jetzt einfach und wir gehen einfach ganz gechillt weiter. Ja, wo ist denn jetzt der Stein? Oder ist der jetzt nicht mehr da? Ah, hier. Ah, nee. Pass auf, Mädchen. Das würde ich scheppern. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So, kann man's auch machen. Ne, das wollte ich ehrlich gesagt nicht. So, den Backstein nehm ich mir mal grad. Den brauch ich nämlich hier für. Oh, da steht was. Äh, ich schieß auf jeden, den ich sehe. Wurde so entspannt. Gute Message. Ja, komm. Bleib in meiner Nähe. Oh, jawohl, Wormoni. Acht Stück. Das heißt nichts Gutes. Hey, komm schon, wir. Oh, Scheiße. Ich hab dich. Gott, verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Ja. Na, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Steigt das Seil durch. So komm ich runter. Bin dabei. Also. Joel. Scheiße, sie kommen. Alter, Junge. Das ist ja abgefuckt. Das geht nicht mehr. Weg. Ich will dich küssen. Ich will dich nicht küssen. Och, Mann. Muss das jetzt bei jedem Typen sein. Das ist ja widerlich. Ich will dich für dich. Der ist einfach... Ich will dich neutrisch. Ich muss das nicht sein. Geil, sag mal, kann ich das nicht selber machen? Ich verschieße das Kind, echt. Ich werde da bleiben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, endlich. Oh ne, jetzt hab ich die nächste Schlampi haben gesagt. Oh, es hat widerlich. Bewege deinen Arsch und steh auf! Scheiße! Weg! Zurück! Wo lang? Komm, hier! Lauf, Ali! Leute, hinter uns! Bill, na los! Ich komme! Bill, sie kommen durch die Tür! Zurück! 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 Der ist tot! Alter! Kommst du denn her, großer? Alter, ich krieg ne Backpfeife und liege. Gute Nacht! Ah, ok. Alter, der ist ja schon... Na los! Na los! Wir sind fast da! Mira! Oh shit! Verdammt, sie kommen her! Na los! Sie kommen her! Lauf weiter! Hier lang! Okay. Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ali. Hey, was soll das? Joel! Bill! Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie! Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie! Dreh dich um und geh auf die Knie! Jetzt mach schon! Jetzt... Mach mal lang! Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein! Irgendein Ausschau! Nein! Verdammt, ich bin sauber! Wenn du auch nur zuckst! Verdammt nochmal! Was das? Ob's das wahre? Ihr kommt in mein Haus! Löst alle Fallen aus! Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm! Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an! Wir sind hier, weil du Joel was schuldest! Oh! Also mach sofort diese Dinge ab! Ich schulde Joel was! Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das kurz! Ich brauch ein Auto! Oh, es ist ein Scherz! Joel braucht ein Auto! Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar Joel, kein Thema! Nimm es doch! Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist! Na so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon! Pass mal auf, du kleines Mist! Nein, pass du auf! Du hast mir Handschellen! Du jetzt mal den Mund! Jetzt passt du mal auf! Okay! Digga, die ist einfach Haftbefehl! Was immer ich dir angeblich schulde! So viel kann es nicht sein! Ehrlich gesagt Bill, doch kann es! Na ist auch egal, weil ich keins habe, das fährt! Aber es gibt eins in der Stadt! Teile! Es gibt Teile in der Stadt! Das heißt, du könntest eins zusammenbauen! Okay! Okay! Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür! Es ist auf der anderen Seite der Stadt! Du hilfst mir, es zu holen! Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das fährt! Aber danach schulde ich dir nichts mehr! Ist mir recht! In ein paar Tagen sind wir so oder so tot! Gut! Gut! Kommt mit! Die ganze verdammte Stadt ist vermint! Bleibt schön dicht hinter mir! Echt verlockend! Schluss jetzt! Ja, Trip! Okay! Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach! Okay, danke! Erlie, sieh dich mal um! Vielleicht tun wir was gebrauchen! Na, klar doch! Ja, ich loote erstmal hier, Bro! Großmeister! Der Zug! Der Zug! Der Zug! Der Zug hat keine Bremse! Der Zug! So! Alles mitnehmen hier! Woah! Ja, mitnehmen! Oh! Sorry! Gerade ein bisschen Fight Club! Danke! Voll! Ich glaube, ich sehe nicht richtig! So, hier haben wir noch was! Verbesserte Erhaltbarkeit von Klingenschärfen, ne? Ah, okay! Jetzt haben wir sowas gelernt! Ja! Komm! Weiter! Uh! Hast du jetzt alles? Fertig! Ja! Warten sie mal! Warten sie mal! Warten sie mal! Warten sie mal! Was haben wir hier? Ah! Schade! Heiltempo! Okay! Okay! Okay, okay, okay! So, wir müssen uns einmal heilen! Warten sie mal einen Moment! Dann gehen wir weiter! Checken wir mal ab, was der jetzt hier noch von uns so will! Okay, Ellie! Los! Komm! Lass die Tür nicht offen! Ich mach schon! Wir müssen zu dem Gebäude rüber! Die Treppe hoch! Beeilung! Bleib dicht bei mir! Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill! Du hättest es einfach sein lassen sollen! Du hast nicht übertrieben! Ja, echt einmalig! Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Tess? Das ist dein Job! Eine einfache Lieferung! Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre! Du mich auch! Naja, ich hoffe du weißt was zu tun! Da drin ist was! Oh! Darum wollte ich mich noch kümmern! Entspannt euch alles okay! Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tess ist! Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich! Sie ist beschäftigt! Ja klar, beschäftigt! Gibt Gulasch? Gulasch? Gibt Gulasch im Paradies? Oh! Dann mal los! Oh! Oh! Alter Schwede! Und äh, warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie! Ich meine, warum bloß, warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch! Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer! Was ist das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht! Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär! Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Au! Kimmami, ey! Hier geht's wieder rund, runter, und drüber, drüber, und runter! Alter den habe ich nicht gesehen